Moin, heute gucken wir uns einmal die Tier 3 Produktionen von Mechanism an. Wir haben uns im letzten Video schon die Tier 2 Produktion angeschaut und wenn ihr die so nachgebaut habt, wie ich das gemacht habe, können wir auch was von der Tier 2 Produktion in der Tier 3 Produktion nutzen. Fangen wir aber mal am Anfang an, bei diesem Multi-Block. Wir haben hier einen Wärmeverdampfer, thermische Verdampfungsanlage. Diese Verdampfungsanlage erstellt aufgrund von Wärme Soul. Kannst du hier immer nur so ein bisschen sehen, weil es sofort weitergepumpt wird. Und wie bauen wir den jetzt? Zuallererst haben wir hier eine Wasserquelle. Ich habe einfach mal die elektrische Pumpe anstatt das Spülbecken genutzt, einfach um auch zu zeigen, was Mechanism noch so kann. Und durch diese elektrische Pumpe, die auch am Strom angeschlossen ist, hier nutze ich den Strom von unserem Multi-Block, wird regelmäßig Wasser in die Verdampfungsanlage gekippt. So, wir werden den jetzt einmal nachbauen. Wir haben die Wärmeverdampfungsblöcke mit einer Grundfläche von 4x4. Darüber bauen wir eine Außenwand, komplett rumgezogen. Und darüber können wir jetzt unsere Module setzen und den Rest mit einer weiteren Außenwand füllen. Heißt, ich packe hier zum Beispiel ein Ventil dran, hier ebenfalls. Und der Controller, den möchte ich gerne hier haben. Des Weiteren kommen an die Ecken jetzt die Solageneratoren. So, und wenn ich keine weiteren Ventile möchte, kann ich den Rest jetzt mit dem Wärmeverdampfungsblock schließen. So, und schon haben wir den Multi-Block fertig gebaut. Wichtig hier ist, die Standardversion des Wärmeverdampfers wäre an den Ecken ein weiterer Block anstelle von den Solageneratoren. Da rate ich aber von ab. Und zwar würde der trotzdem funktionieren, über die Ventile bekommt er dann separaten Strom. Aber die Wärme, die der Generator hier erzeugt, und das ist ja auch das, was wir benötigen, eine extrem hohe Wärme, ist dann abhängig von dem Biom, in dem der Generator steht. Heißt also, ganz blöd ausgedrückt, im Schnee-Biom wird das Teil wahrscheinlich nicht funktionieren und im Wüsten-Biom wird das Teil sehr gut funktionieren. Da wir aber Biom unabhängig bauen wollen, das aufstellen wollen, oder sollten, wo wir wollen, empfehle ich sofort die Version mit den Solargeneratoren zu bauen. So, und hier können wir jetzt natürlich noch die Rohrleitung dann anschließen und würden dann sehen, dass wir hier dieses Solé produzieren. So, wie erwähnt, ist diese Verdampfungsanlage dafür da, aus Temperaturen, in Verbindung mit natürlich Strom, dieses Solé zu produzieren. Das leiten wir dann mit einer Rohrleitung weiter in unsere erste Maschine für die T3-Produktion, der Elektrolyseur. Der Elektrolyseur bekommt also dieses Solé und macht daraus Natrium und Chlor. Man sieht es hier immer nur so ein bisschen, das ist aber dann Chlor. Das Natrium benötigen wir in diesem Moment nicht, dementsprechend habe ich die Option, Überschuss ausleeren wieder aktiviert, damit das Natrium uns nicht die Produktion stoppt. Das Chlor werden wir dann weiterleiten in den chemischer Injektor. Der chemische Injektor benötigt ebenfalls noch Wasserstoff und diesen Wasserstoff nehmen wir aus der T2-Produktion. Hier hatten wir, wie ihr eventuell aus dem letzten Video noch kennt, den Elektrolyseur ebenfalls aufgebaut für die Reinigungskammer. Und hier wird ja Wasserstoff erzeugt, was wir in dem T2-Video nicht benötigt haben. Jetzt benötigen wir es und dementsprechend können wir es hier abzapfen. Wir können natürlich auch ein neues Spülbecken oder Wasserquelle und Elektrolyseur bauen und den separat hier anschließen. Das ist auch genau dasselbe Ergebnis. In dem Fall haben wir hier den Wasserstoff. Aus dem Wasserstoff und aus dem Chlor wird dann Chlorwasserstoff. Man kann es auch immer nur so ein bisschen hier sehen, aber ich glaube hier besser, links oben, Chlorwasserstoff. Hier nach oben, das ignorieren wir, das ist für die spätere T4-Produktion. Das heißt, wir haben hier einfach nur einen Druckschlauch in Richtung der chemischen Injektionskammer. Und in der Injektionskammer ist unser Chlorwasserstoff und unser Rohgold, was ich hier als Beispiel nehme. Ihr könnt natürlich auch andere Erze nehmen auf Basis hier der Rezepte. Gut, mit dem Chlorwasserstoff und dem jeweiligen Erz machen wir dann Goldsplitter. Diese Goldsplitter habe ich jetzt hier nur schematisch mal dargestellt. Diese Goldsplitter leiten wir dann in die Reinigungskammer. Und in der Reinigungskammer werden die Goldsplitter dann weiterverarbeitet. Die Weiterverarbeitung wird dann in Goldklumpen geschehen. Und die Goldklumpen gehen dann, wie man es kennt, zum Zerkleinerer. Der macht daraus dreckiger Goldstaub und am Ende Golddust. Hier ist nochmal wichtig zu wissen, wir nutzen jetzt hier einmal unterschiedliche Kabel. Einmal haben wir eine ultimative Rohrleitung und wir haben einen ultimativen Druckschlauch. Also die jeweils maximale Version. Also wir haben eine Rohrleitung und einen Druckschlauch. Wenn ihr euch unsicher seid, ist das jetzt eine Flüssigkeit oder ist das jetzt ein Gas oder was ist das denn überhaupt, nehmt da wieder den Konfigurator für. Und zwar seht ihr jetzt hier, ich ducke mich einmal und links oben sehe ich Flüssigkeit Soleil. Ich sehe auch die Menge, die übertragen wird. Die interessante Information hier ist aber die Flüssigkeit. Dementsprechend brauche ich eine Rohrleitung. Von dem Elektrolyseur weiter zu der chemischen Injektor habe ich dann allerdings, gut hier ist es leider gerade leer, warum auch immer, hätte ich dann ein Gas. Ich kann das auch hier dann erkennen. Wenn ihr einmal links oben seht, diese Maschine bekommt gerade einmal Strom, das ist der oberste Bereich. Dann die Flüssigkeit Soleil und dann bekommt es zweimal Gas. Einmal das Natrium und einmal das Chlor, was immer wieder auf Null geht, weil es sofort weitergeschickt wird. Gut, also hier wissen wir jetzt auch, wir wollen ja in dem Fall hier die rechte Seite, das Chlor weiterleiten und wissen mit dem Konfigurator spätestens, das Chlor ist ein Gas und wir benötigen einen Druckschlauch. Auch hier ist wieder wichtig, dass ihr die Seitenkonfigurationen vornehmt. Und zwar auf dieser Seite habe ich dann eine, ich scrolle gerade links unten runter, eine Gaskonfiguration. Und auf dieser Seite habe ich dann eine Flüssigkeitskonfiguration. Ich habe immer wieder mit dem Mausrad gedreht, um links unten, ganz wichtig, links unten, die richtige Konfiguration einzustellen. Das kann am Anfang ein bisschen komplex sein, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, funktioniert das in der Regel aber. Und dafür ist, wie ich im ersten Video schon gesagt habe, der Konfigurator sehr nützlich. So, um das eben noch zu beenden, gucken wir hier auch weiter. Hier haben wir jetzt den Wasserstoff, den wir aus der Tier 2 Produktion uns holen. Und da kann ich auch mit ducken sehen, ist es ein Gas, dementsprechend nutze ich einen Druckschlauch. Und dann die Weiterleitung zur Injektionskammer, ist in dem Fall hier ein Gas und das ist Chlorwasserstoff. Also nutzt auf jeden Fall den Konfigurator. Was man hier jetzt auch ganz schön sehen kann, an dem Injektor haben wir aktuell nur Gas drin. Ich bin gerade, wie man links unten sehen kann, Modus konfigurieren Flüssigkeiten. Und ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwas zu konfigurieren, weil der Injektor nur Gas inne hat. Wenn ich jetzt allerdings auf Gas switche, sehe ich sofort, ich habe hier Konfigurationsmöglichkeiten. Ich könnte jetzt auch einfach mal sagen, ich trenne die Konfiguration hier auf nichts. Dann würde sich natürlich auch direkt der Druckschlauch abbauen oder ich aktiviere die Konfiguration wieder und schon arbeitet der Druckschlauch auch wieder. So und hier hätten wir jetzt noch die größtmöglichste Verdampfungsanlage. Die hat auch eine Breite und Länge von 4x4, ist aber 18 Blöcke hoch. Dementsprechend haben wir eine viel höhere Temperatur und auch Produktion. Also das ist die höchstmöglichste Version. Und hier haben wir jetzt schon knapp an die 100.000 Soleil. Ich habe das hier ungefähr 10 Sekunden, bevor ich das Video aufgenommen habe, begonnen. Wie man sehen kann, es wächst sehr schnell. Wir können es das auch mal kurz nach oben anschauen. Hier sind übrigens die alten größtmöglichsten Gebäude oder Maschinen. So, das Wasser ist bis oben hin gefüllt. Dementsprechend haben wir auch eine gute Kühlung über drei Spülbecken. Gut, wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Tutorial, wo wir uns die Tier 4 Produktionen von Mechanism anschauen.